Ein großes und buntes Straßenfest feierten am vergangenen Wochenende wieder die Eisenheimer. Bei gutem Wetter waren viele Besucher gekommen, um bei dem diesjährigen Event in der historischen Siedlung dabei sein zu können. Zahlreiche tänzerische sowie musikalische Darbietungen gestalteten das Rahmenprogramm beim diesjährigen Straßenfest. Unter anderem brachte der Eisenheimchor die verschiedensten Stücke zu Gehör. Während die Erwachsenen die Aufführungen verfolgten, konnten sich die Kinder auf der Hüpfburg auspowern oder sich beim Kinderschminken unter anderem in die verschiedensten Tiere verwandeln lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017